jo leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich werde demnächst wieder videos raus bringen es kommt wahrscheinlich jetzt jede woche 1 bis 2 videos das werde ich mir überlegen wie ich das noch mache weil man muss halt auch gescheit aufnehmen können und alles und ja ich werde gucken ob ich mit anderen leuten zum beispiel aufnehmen damit ich naja halt keine musik hinein schneiden schneiden muss weil wenn ich jetzt selber server games oder rage oder sonstwas aufnehmen dass ich habe keine themen worüber ich labern kann oder so deswegen wird das video dann wahrscheinlich langweilig sein ich werde ganz ruhig sein und der sinn dieses videos ist halt wie ihr titel schon bemerkt verlosung meine items of me utopia das habe ich schon mal auch mit moxcraft gemacht ich werde alle meine items verlosen und ja egal und diese bedingungen dafür sind einmal das video liken also positiv bewerten zweitens ein kommentar schreiben mit eurem ingangnamen und falls ihr wollt könnt ihr noch dazu schreiben warum ihr das zeug haben wollt und drittens abgang von mir sein diese bedingungen habe ich fast bei jeder verlosung ja ihr habt eine woche zeit ich werde das nach einer woche mit random.org auslosen wer es halt bekommt wird dann in die base teleportiert bekommt vielleicht noch 50k oder so dazu die brauche ich nämlich eh nicht mehr das geld weil auf dem top hier werde ich nicht mehr zocken weil der server einfach nur gammel geworden ist einfach nur schrott geht eh down und ja weil sie die sachen haben wollt bleibt das video kommentiert das video abonniert mich und dann viel spaß mit video beim restlichen video und dann noch ein paar jungen bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten mal ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020